Pegau Das Pegauer Altstadtfest wirft am 1. und 2. September seine Schatten voraus. Die beliebte Veranstaltung verbindet wieder Mittelalterromantik mit mediterranem Flair. Bewährt haben sich die Live-Musikabende in den Hinterhöfen und Gewölbekellern sowie vor dem Volkshaus. Daneben gibt es Ritterkämpfe, den Einzug von Wiebrecht und seinem Gefolge, Tänze, Kirchenführung, einen historischen Markt und ein Piwak.